Shanghai Paris. Danke. Ja, Shanghai braucht drei Punkte, um hier noch den Aufstieg eventuell zu schaffen. Das heißt, wir haben hier letztes Spiel in der Gruppe oder vorletztes? Vorletztes. Entschuldige, ich habe mich unterbrochen. Ja, sonst gibt es ja nichts. Shanghai muss Gewinnung, um aufzusteigen. Paris ist ja schon durch. BD geht es eigentlich nur um den Gruppensieg. Und um die Dollar. Dollar, Dollar, Dollar. Gut. Okay. Gut, Shanghai. Ich bin Bayern München untergegangen im letzten Spiel. Tag zu 1. Oh, Super Bus. Oh, da. Oh, schade. Ja, beide wollen das Spiel schnell machen. Spure zu spät. Oh. Oh. Das sind die von dieser Klasse. Kläubert. Ja, da ärgert es, ich glaube ein Fan im Hintergrund, wie ich gerade höre. Fending. War das nicht so? Okay, dann. Das war vielleicht ganz im Hintergrund hat es vielleicht gegeben. Ach so. Oh, ey, da. Oh. Oh, der war wichtig jetzt. Oh, der war wichtig. Oh. 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 Oh, das hätte ich noch gehen können. Oh. Oh, da waren nach vorne die Bässe, die sind halt fast herfahrbar. Den Chinesen! Schönen Tag! Und wieder mal mit einem schönen Pass in die Lücke. Der Referee hat gesagt, dass es ein Minimum von 2 Minuten sein wird. Der Panezano! Fass! Puh! Das geht so! Feingefühl hat der Schere nicht bewiesen. Ja genau, wenn auch Alexander, der nochmal ein guter Torschütze ist, diese Saison auch erst ein Tor erzielt hat. Bleibt auch ungefährlich dieses Jahr. Die Lücke geht hier kein Risiko ein. Schön! Ribery! Und der erste, in dem hier ist sehr gut angekommen. Und das stimmt! Ja genau, dass es gleich gut ist. Ja genau! Man will be right. oh ne ne das war zu wenig oh jetzt läuft er nicht schön kombiniert muss man aber sagen auch sehr gut eingefügt also schon länger aber ich glaube je länger er wird dieser mannschaft ist umso besser kommt er an das war von hinten noch ja dazu wirst du Ich sage dann, wenn wir noch einen anderen Thunesen. Ja, ein Tor reicht nicht, die brauchen nämlich zwei, die Chinesen. So, ich glaube, ich werde gut gefeiert. Machen wir mal einen Wechsel. So, gut gefeiert. Jetzt kommt der Joker an seine Stelle. Oh, das ist ja schon. Schöne Übersichtballen von Thomas Müller. Und da war der Verteidiger sehr schön gemacht. Schön gemacht hier von Marquinhos. Boah. Oh, da will keiner hin. Oh, da will ich hin. Ja, die Sache dürfte gegessen sein. Jetzt schon. Puh, das Last Minute kommt da noch. Okay, das war eigentlich noch der Wechsel. Ja, schön auf Cavani den Ball noch rausgehauen. Ja, damit zieht sich Paris. Boah, das ist eine Niederlage. Goal für Paris-San-Gilain. Nr. 9, Edinson Cavani. Oof. er kann es nicht fassen er hat der kampf aber doch hat sich hier psg durchgesetzt